scheiß barriere nervt ja ich brauche da unten ja noch den portal so nein du erkennst aber meine logik dass er aus das aus dem einen portal rauskommt gegen die beschmierte wand und dann rüber die frage ist nur wie kriege ich das am dümmsten hin ja 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 sehe ich auch gerade die blaue dahin mach mal rotes ding rüber das biete gehe hier rüber auf dass ich hier in der rote fläche krieger so das ist schön gut noch ein bisschen so ja super passt genau gut nach schwachsinn auch ja da noch das andere king of the hill und jetzt was muss da oben jetzt machen jetzt muss der irgendwo hin die frage ist nur wo hin da wir haben da und wir haben genau mach mal und versuch mal so dass das gegenüber von dem dings ist ja immer du müsstest eigentlich was sehen stückchen weiter noch oder ja ein ganz kleines minimale stück hier noch zielen andere seite hatte nummer eins ist schon dauerung war da ich nummer zwei ist auch weg ok sich nur noch das also da muss das hin hatte war da war da war dann ja genau da mache ich sehen kannst du dich eigentlich unten runterfallen lassen und dann mit zwei portalen dich nach oben arbeiten irgendwie oder du machst es so dass du halt die genau neben dir im portal hinsetzen oben in der ecke ja oder so damit hätten wir dann dieses problem auch erledigt diese demontageeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen falls ihr uns nicht wiedersehen danke für rein gar nichts danke für rein gar nichts danke für rein gar nichts ja geil wie motivierend das schon wieder ist so aber die weiß auf jeden fall was ehrlichkeit ist ne ja die hat die ehrlichkeit mit löffeln gefressen letzter raum und dann haben wir es ja da werden wir jetzt mal ein bisschen gummi geben ich glaube der letzte der war auch relativ easy eigentlich gehandelt muss man den raum sehen vielleicht weiß ich ja noch wie der funktionierte ich glaube der letzte der war relativ einfach und dann bosskampf ja das ist ein knopf ich höre ich euch vertötungsmaschinen herzlichen glückwunsch mehr ist einfach okay der prototyp gehäuse gleich hinter dieser kammer also hier oben ist schon wandwürfel ja ja da muss blaues solch rein war doch achso da bist du und das andere gegenstück gute frage wobei jetzt der blaue schnittkasten gute hier ja hier ist eine wand das ist das problem kacke dann müsste ich hier und irgendwie das geht auch nicht also da ist ein loch wodurch man hier was raushauen kann allerdings kann man dann auch nur da in den raum rein hauen da oben ist auch ein fenster das hat doch bestimmt was zu sagen das hat doch bestimmt irgendwas zu sagen dass da auch ein fenster ist da habe ich zu wenig schwung für so da kommen noch die dinge ach so soll jetzt sind das jetzt gemacht ach so da war noch ein ding ok ok warte mal ich setze das mal da oben hin ja kommt auf den gleichen punkt warte kurz so soll ich sonst darüber einmal gehen um einmal ja ja geh du einmal rein in den raum so und feuer jawoll ich bin noch hier bei dem klatscher ja du hast hier glaube ich gerade selbst so leicht dezent eingebaut gehabt ne ich glaube mal du musst da hoch und ich muss dir ein portal wieder rausholen so also sprich dort und ja dort kannst du durchkommen nebenbei ja ja da so jetzt gehe ich wieder hier durch und mach feuer im arsch platsch 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 pampere so warte ich mache jetzt folgendes ich gehe jetzt ja dahin und Und warte dahin, genau. Irgendwie mal blaue Seuche. Ja, du bist schlau, du bist durch Stings Partei gegangen. Ja, ja. Sing. Warte. Warte. Äh, scheiße, wenn ich aber da durchgehe, ist ja dementsprechend oben der auch weg. Das ist natürlich ganz doof. Das auch nicht. Ja, du hast jetzt aber hier keins mehr, ne? Bei Apache Pampe. So. Sag, wenn ich irgendwas ich machen soll. Sonst einfach. Okay, du mal in den Raum rein. Mhm. Okay. So, bis dahin hatten wir es ja. Ja, ja, das Ganze muss ich jetzt für die andere Seite noch machen. Frage ist jetzt nur, wie kriege ich das hin? Wie ging das so einfach? Warte mal, stell du dich mal rauf. Ach, nee, hier ist ein Gitter, okay. Hat sich schon dann ledig. Naja, aber du könntest jetzt rüber gehen. Meine Portale bleiben ja bestehen. Ja, stimmt. Du kannst rüber gehen, du gehst jetzt in den anderen Raum, setzt dein Portal, äh... An die Decke? Äh, ja, an die Decke und einmal unten hin, genau. Unten hin, ja. Dann haben wir das so schon mal. Dann kannst du jetzt erstmal hochjumpen und oben mal nachgucken, was da abgeht und den Würfel oder irgendwie sowas schon mal holen, was da oben gebraucht wird. Okay, hier ist schon mal auf jeden Fall die Möglichkeit, die eine Barriere wegzuhauen. Hier ist ein Laser, ein Würfel, der gebraucht wird. Naja, wir haben hier in der Mitte auch noch einen Würfel drin. Den einen Würfel, den muss man hierhin stellen. Der muss hier mit hin. Der muss hier in den ersten Raum rein. Aber hier braucht man einen, um es zum Ziel dann später zu kommen. Ja, ja, den Würfel, den haben wir ja hier in dem Glaskasten drin. Ja, ja. So, warte, ich komme mal gerade in... Warte, scheiße. Ich komme mal gerade nach vorne. Ja, jetzt kannst du ja durchkommen. Jetzt ist es ja... Ich komme mal gerade zu dir hin, weil dann muss ich dir nämlich die Barriere aufmachen, dass du mit dem Würfel runterrennen kannst. Also hier soll ich mich dann jetzt hinstellen, ja? Ja, ja, die Sache ist die... Komm mal kurz hier rum. Aha, aha. Was mit dem ist, weiß ich jetzt gerade nämlich auch nicht. Ja, aber ich weiß es. Und wie gesagt hier... Wo ist denn der Würfel jetzt überhaupt? Der Würfel, das einzigste an Würfel, der steht da drin. Das ist der einzigste Würfel, den wir haben. Achso. Weil hier muss irgendwo... Warte, da oben ist noch eine Röhre. Ja, und da kommt nämlich der... Warte mal... Ja... Wir brauchen den Würfel. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir brauchen den Würfel. Wir brauchen diesen Scheißwürfel. Ja. Ich glaube, das wird bei so einem 5-Nix werden. Weil der Würfel muss im Prinzip hier nachher so zwischen die... Ups, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Die müssen in den Laser reingestellt werden, damit der Fahrstuhl runterfährt. Dass du dann dich raufstellen kannst. Und in dem Moment, wo dann halt eben hier... Ich den unten wegnehme. Und der Stein dann direkt in dem Socken unten landet, geht oben die Tür auf. Oder ist die Tür oben betretbar. Ja. Und da muss man nämlich mit der Schräge sich rüber katapultieren. Das stimmt schon. Die Frage ist nur, wie kommen wir da oben jetzt rein? Wir brauchen den Würfel. Das ist definitiv Fakt. Und da oben ist eine Barriere. Da kann ich kein Feuer reinhören. Ja, nee, nee, nee. Das ist ja auch okay. Irgendwo, ähm, ist da oben irgendwo ein Knopf. Ja, genau da, wo auch, äh, der Dings ist. Genau da, wo auch der, die Röhre ist. Wo wir noch nicht reinkommen. Ja, du, komm mal wieder hier hoch. Was ist denn jetzt? Ich hab eine kleine Idee. So, jetzt machst du mal ein Portal dahin. Ja. Gehst mal wieder raus. Machst oben eins an die Decke. Da. Na, schön, schön mittig über dem Blauen. Beziehungsweise überhaupt über dem anderen Weißen, was da unten ist. So. Ach, nee, da unten ist ja kein Weißes, ne? Äh, das ist natürlich doof. Äh, ich hab auch mal ne Idee. Und die wäre? Pass mal auf. Äh, ich komm noch mal, äh, komm noch mal hier runter. Komm noch mal hier runter. Ich hab eine Idee. Und zwar folgendes. Ja. Jetzt hab ich den Trick raus. Okay. Ähm. Ich komm mal, folgt dir mal hier weiter. Geh mal, äh, geh du mal, äh, sozusagen, äh. In die, äh, in die Wand, so. Ja, genau. Pass auf, ich mache folgendes und, äh, werde mich jetzt mal da drüben hinversetzen. Und mache da mal folgendes und zwar, äh, geht gleich los. Ja, ja. Äh, in dem Fall mache ich diesen und, äh, ja, du müsstest mich jetzt mal kurz hier aus der Kammer holen. Aus der Kammer holen, okay. Das heißt, hier und da. Ja, okay, oder so. So, dann setze ich jetzt mein, ähm, das Rote hast du. Gelbes Portal da unten. Ja. So, mach mal. Was, mach mal. Geh mal rein. Hier. Lass mich mal mit durch. Ich drück hier jetzt sozusagen den. Ja. Dass die Suppe runterfällt. Pass auf, jetzt machst du folgendes. Hör mir ganz genau zu, bevor du jetzt den großen, entscheidenden Fehler machst. Du gehst jetzt raus in den Raum. Setz eins deiner Portale genau dahin, wo die Suppe runterfällt. So, erst mal raus. Ja. Genau dahin, wo die Suppe runterfällt. Auf der anderen Seite. Da ist die, äh, Barriere nur bis zur Hälfte hoch. Da musst du mit der blauen Masse oben drüber jumpen. Meinst du so? Dann gehst du auf den Knopf. Und setzt eins. Ah. Und schon hat sich das Problem erledigt. Und da ist der Würfel frei. Und jetzt musst du hinterher den einsammeln und dann können wir den mit nach oben nehmen. Und jetzt bin ich. Und jetzt kannst du hier.